Der Taschenbegleiter ST17 wird komplett aus butterweichen, vegetabilen Ledern genäht. Sie stammen aus einer süddeutschen Gerberei. Mit den extra vielen Innentaschen und hinten einer Reißverschlusstasche super sicher für Smartphone, Geldschein oder Ausweis. In Kooperation mit VAUDE verwenden wir die Zelte, welche dort nicht mehr repariert werden konnten. Das macht jeden ST17 zum Unikat. Er hat drei Doppelklammern für Zettelwirtschaft, den Jahreskalender, ein Notizbuch und eine Zutunliste oder ein Bahnticket. Verschließen kann man den Begleiter entweder mit einem Stift durch beide Schlaufen oder mit dem optionalen Band. Alle Artikel werden zu 100% in Deutschland gefertigt. Bestellt euch gerne kostenlose Material und Farbmuster. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns eine Mail. Auf unserem YouTube-Kanal findet ihr weitere Videos. Alle Taschenbegleiter können mit einer Gravur personalisiert werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.